So, na dann, ab zu Jasmin. Wo auch immer sie sein mag. Da komme ich nicht hoch. Geht also nicht der Weg. Hiiii! Ich will auch diese Fähigkeit lernen, womit ich die Kugeln schneller einsammle. Ist das so praktisch? Vor allem später, wenn man dann noch die Fähigkeit hat, dass man viele Kugeln kriegt. Oh, der ist hochgekommen. Au! Da ist ein Medi. Das haben wir gerade dabei. Der ist auch abgeschlossen, aber der geht ja nur der Weg irgendwo. Ich mag dieses Schlitterfeldfeld. Das ist sogar noch ein Redner. Oder auch nicht. So, also wieder hoch. Das ist noch zu. Nein! Das ist der einzige Nachteil in den Heranzippen. Oh, da kann man noch nicht frei springen immer in dem Moment. So, jetzt bin ich schonmal hier und da war zu. Ah, dafür ist der Hauptgang offen. Nur hier oben noch nicht. Schnell oder Shit. Jetzt kann ich tatsächlich zum Heilen. Oh, der Nebengang ist offen. Dann guck ich erstmal hier rein. Das war, glaub ich, eh eine Sackgasse. Boah. Ich bin extra gesprungen. Dann hat er nicht mehr Schritt. Und dann macht ihr auch noch eine Sprungattacke. Oh, ja, ja, ja. Heilen. Ähm, später vereist man glaub ich auch noch Gegner. Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Da fehlt doch gerade übelst Geld. Oh, da ist er knapp. Wir schlagen und steigen über Donalskörper. So, dann komm ich erstmal nicht hoch. Oh, eine Kiste. Wo ich aber wegen dem Gegner erstmal nicht rankomme. Geschafft. Ich wollte gerade Blitz zaubern. Oh, ein Blitz-Album. Schön. Und die nächste Kiste. Hat sich doch gelohnt hier drüben. Oh, eine Feuerringe. Ich glaube, einer meiner Charaktere hat noch nicht... Ich glaube, jeder hat schon. Was ist denn ganz einfacher nur? Ich habe sogar einen. Je mehr getragen werden, desto effektiver. Oh, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Abwahlkraft hoch. Also die Protestkette macht genauso viel Abbau hoch wie der Feuerring. Nur, dass der Feuerring auch nach Feuerscham in 20% reduziert. Und kumulativ ist. Das heißt, ich werde damit den Feuerring geben. Oh, schön. Das ist ja noch mehr gelohnt. Das ist der Seiteneingang zur Stadt auch noch offen. Autsch. Oh, wir sind das sehr schnell. So, das ist ja noch zu erzählen. Fertig. Oh, es ist ja noch nicht so genau. Oh, das ist ja noch zu erzählen. Ich habe fast eine Klage dazu. So, man könnte eigentlich auch mal einen Level abkriegen, zumal die doch beim Bossen alle gleichzeitig das Level abkriegen. Und zuletzt hat so ein Rufi hier angekommen, so ein Donald. So ist Zora denk ich mal der Nächste. So, auf jeden Fall geht's da vorne weiter, also guck ich jetzt erstmal nochmal hier ins... ... in seine Versteck rein. In der Hoffnung, mich einfach nochmal aufladen zu können. Oh, Jafar ist also hinter Yasmin und an dem Schlüsselloch her. Schlüsselloch? Ich könnte schwören davon schon mal gehört zu haben. Herrlich? Wo? Hm, wo war das noch? Ist nur 200 Jahre her. Wie immer es sei, wir müssen Jafar aufhalten bevor es zu spät ist. So? So? Ganz noch rücken wollte ich eigentlich nicht. Komm ich denn jetzt wieder hoch? Geht also noch hier lang. Denn ich wollte da oben... Nein! Kugelkugel! Ich wollte hier oben rein. Lassen wir mich bestimmt auch noch eine Kiste. Ich freue mich schon auf den Doppelsprung. Oder den Sprung in der Luft, wo man länger in der Luft bleibt. Langsam nach hinten. War sogar gut, dass ich hier oben rein bin. So, das heißt, es geht erstmal noch nicht weiter, bis ich da runterspringe. Oder auch nicht. Du steckst deine Ziele etwas zu hoch. Oder Junge? Zurück an dein Loch, Ratto. Ich verbiete dir, die Prinzessin nach vorne zu belästigen. Jasmin! Es tut mir so leid, Aladin. Genie! Hilf Jasmin, bitte! Ein Wunsch übrig. Du machst es wirklich leicht, du weißt? Es tut mir leid, Junge. Ich bin so leid, dein zweiter Wunsch. Der Wunsch wurde aber trotzdem geäußert. Das heißt, er müsste es doch auf jeden Fall machen. Und jetzt leid, Poli, Ratten. Ich wünsche dir allen Glückwunsch. Attack! Oh, was war denn das nochmal? Und wir erinnern mich das an gar nichts. Ich seh nichts. Das ist vielleicht einer von den neuen Gegnern, die erst bei der Final Rip Mix und Hard Demo Remake gekommen sind. Alter, tschüss ihr Glück. Scheiße. Und auf ein neues. Das macht also keinen Unterschied, hätte ich da von vorne hingekommen. Okay, das kann ich ja wegdrücken. Kann es sein, dass diese Kisten auf jeden Fall unwirklich oft kamen? Ach ne, das sind ja doch nur so viele. Au! 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 Alter, war auch gar nichts. Der hat Magie geschossen. Ich muss mich beeilen. Oh! Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet, dass die so stark sind. Der hat mir bestimmt 60% Schaden gemacht. Also zumindest so viel hatte ich noch. Wenn er noch nicht sogar mehr Schaden macht. Geil! Ne! Oh! Am kurzen wäre eigentlich, wenn ich irgendwo eine Position finde, wo ich hochkönnte und erst mal sicher bin. Dann kann ich erstmal Goofy den Donut sich opfern lassen. Aber es sieht schlecht aus. Ich kann gar nicht die Küche angesehen. Also die Kissen. Scheiße. Ich sollte mir auf jeden Fall mal wieder eine schnell Zauberleiste packen. So, wo mache ich das nochmal? Abilities? Oh, ich hab da schon wieder was weiß. Ich schlage Gegner vor die schnelle Abfolge. Achja, das hatte ich vorhin rausgenommen. Und da fehlt noch was. Chameur. Jackpot. Hinterlassen Mehrteiler. Glückspits. Seltener items. Und Chameur hat er schon drin. Vielleicht hätte ich doch Aladena bei ihm sein. Hier ist es auf jeden Fall noch nicht. Das ist nur die Ausrüstung. Wo macht man das denn nochmal? Einstellung? Da. Feuer. Also Eis und Blitz ist eigentlich wichtig. Also nehme ich Feuer mal raus, auch wenn es denn direkt schaubbar ist. Geringe Heide um deine Fehl. Und Schutzweil aus Wind reduziert eigenen Schäden. Ich mache einfach mal... So. So. Also. Aero ist Hex und Vita ist Hex. So. Schöner Aero ran. Hey, einer ist gestorben auf jeden Fall. Oh, sie laufen weg. Okay. So. 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 Der ganze Kampf ist durch die Stadt. Die Prozessinerslung ist schon weg. So wie gesagt. Donald.. ist fast tot. Wo ist das eigentlich? Ich kann doch hier und heilen? Ah, das geht aber. Das ist ne Kiste, warum hat er die Kiste als Gegner angezeigt? Ich kann ja wahrscheinlich zweimal aufbauen. Oh nein! Was ist denn von der Streit eigentlich? Ist aber cool, wenn die anderen immer langsam wieder zum Großteil kommen wollen. Das ist bestimmt das Minus im Ding. Oh, wie gern würde ich jetzt... LOL! Was ist das? Hey, Jonathan, äh, Kofi ist schon mal da wieder. So, die Viecher müssten auch alle weg sein. Ah, warum kann ich noch nicht zaubern, weil ich noch nicht wieder zweimal arbeiten werde. Hä, was ist denn das? So, last, schweil wir heute. Oh! Oh ne, wir kommen schnell links, das ist weg. Ich hab noch ein... Nein! Na gut, dann werde ich jetzt erstmal, sofern es geht, zurückgehen. Ah, das ist Nikolaus, dann kann ich das nächste Mal noch Aladin mal reinnehmen. Dann speichere ich jetzt nämlich die Auswahl, entweder Aladin noch mit reinzunehmen, oder halt... ...oder halt, ähm... ...zumindest mich nochmal aufzuladen, neue Items zu holen oder zu trainieren. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Naja... Damit einfach noch Nikolaus ist und meine Familie gerade zu Besuch kommt, wünsche ich ja erstmal viel Spaß. Ich denke mal heute Abend oder so, krieg ich vielleicht mal was hin oder morgen dann. Aber ich hab ja eh noch Vorlauf über ne Woche. Also bis dann, tschüss!